Die Kshasana ist die Stellung der Einweihung, die insbesondere bei den Jain-Mönchen eine wichtige Bedeutung hat. Die Jainas werden oft dargestellt im Stehen, es gibt auch Darstellungen im Lotus-Sitz, aber stehende Einweihungen spielen dort eine besondere Rolle. Und Garote beschreibt in seinem Buch Enzyklopädie of Traditional Asanas, stehe unter Bäumen wie Ashoka-Baum, also heilige Bäume, und dann reiße dir fünf Handvoll Haare runter. So erreichst du den inneren Frieden. Das ist eine ritualistische Praxis unter Jain-Mönchen, bevor sie die Einweihung bekommen haben. Was heißt das jetzt für dich? Du kommst zur aufgerichteten Stehhaltung, Füße 10 cm bis 20 cm weit auseinander, genau parallel. Du bist ganz aufgerichtet und dann kannst du die Hände an deine Hand an die Haare geben und die Haare nach oben ausrichten und dir so vorstellen, dass du dich ganz nach oben zum Himmel hin öffnest. Du reißt dir jetzt keine Haare aus, sondern du erzeugst dabei nur das Gefühl von Weiter und Öffnung. Und nachdem du das etwa eine halbe Minute bis eine Minute gehalten hast, senkst du den Arm, du bist weiter majestätisch nach oben offen, du hast ein Gefühl auf der Scheitelgegend und du kannst dir ein Licht oberhalb des Scheitels vorstellen, dir vorstellen, dass von oben Licht und Segen in dich hineinstrahlt. Bis zum nächsten aqui. Bis zum nächsten Mal. Ja. 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 X v Vielen Dank.